Hallöchen, ihr Lieben. Ist das nicht ein schöner Sommer bisher? Mitte Juli, seit vier Monaten im Corinna-Wahn und für mich hat sich rein gar nichts geändert. Und ich finde es ja erstaunlich, dass auch nach jetzt gut vier Monaten immer noch so wenig Bewusstsein in den Köpfen der meisten Menschen auf der Welt, auf der Erde eingekehrt ist oder zu sein scheint jedenfalls im Außen. Es ist wirklich erstaunlich, was die Leute mit sich machen lassen und sich Masken ins Gesicht setzen, was ich bisher noch nicht ein einziges Mal gemacht habe in vier Monaten und auch natürlich nicht machen werde. Also ich meine, wo kämen wir denn dahin und ich wirklich nur noch mit dem Kopf schütteln kann, wenn ich mir so die Masse der Menschen, der Seelen, die im Augenblick hier auf der Erde reinkarniert sind, anschaue. Also da kann man wirklich auch seinen allerletzten Respekt für die meisten Menschen verlieren. Ja, es ist schon echt unglaublich, was sie da mit sich machen lassen und ihre Freiheiten beschneiden lassen und immer noch nicht nach vier Monaten, ich meine, das muss man sich mal reinziehen, haben die meisten Erwachsenen anscheinend immer noch nicht kapiert, dass es hier überhaupt nicht um die Korinna geht, also um Corona natürlich. Ja, und glücklicherweise gibt es da aber auch Ausnahmen und andere Menschen und da komme ich jetzt eigentlich zu dem, warum ich hier dieses kleine Video mache, zu unserem Bewusst-Treff. Wir hatten nämlich jetzt schon einige gehabt in wirklich sehr, sehr angenehmer, sympathischer, schöner, kleiner Runde und das jedes Mal. Und ja, wir würden uns freuen, natürlich mehr zu werden, ja, also wenn es hier Interessenten gibt, die im Harz leben und sich dazugesellen möchten, so bei unseren unregelmäßigen Treffen in ganz gemütlicher Atmosphäre, wie gesagt, den Stress, den machen die Leute in der Welt da draußen, aber sowas gibt es nicht bei uns. Und ja, da würden wir uns echt freuen. Also wir sind jetzt im Augenblick schon drei Harzer Lebensfreiräume und es könnten mehr werden, wie es fast schon so aussieht und ja, um das Ganze noch ein bisschen zu unterstützen und gerade jetzt im Sommer ist es ja auch am schönsten, mache ich hier nochmal ein Video mit diesem kleinen Aufruf. Wer sich angesprochen fühlt und mal über intelligente Sachen reden möchte und, naja, lachen möchte, der darf sich gerne zu uns gesellen. Wir würden uns freuen und wie gesagt, wäre natürlich am besten und sehr vorteilhaft, wenn ihr aus dem Harz kommt, bestenfalls aus dem Südharz, aber Verkehr gibt es ja hier zum Glück keinen und von daher kommt man ja hier immer gut durch, wenn ihr motorisiert seid. Dann kommt einfach, ja, eventuell kann man da auch noch für Übernachtung sorgen, falls ihr doch von ein bisschen weiter weg herkommen solltet. Wir würden uns freuen auf jeden Fall und haben eigentlich gerade erst dieses Jahr so richtig durchgestartet und angefangen damit und ja, so geht es jetzt weiter und wenn man sich die Geschehnisse hier in dieser komplett verrückten Welt anschaut, dann ist sowas auch allemal nötig. Also die Kontaktinformationen, die werde ich hier nochmal während des Videos einblenden. Ansonsten kann man das auch bei Joe Conrads bewusst aktuell bzw. auf bewusst.tv also bewusst.tv der Webseite nachlesen. Da sind auch alle Kontaktdaten hier aufgelistet und wir würden uns freuen, denn wir wissen, die aufgeweckten wie auch aufgewachten Menschen, die sind da draußen, aber manche sind halt noch so ein bisschen allein und wir enden das gerade und es macht wirklich Spaß und ja, lässt uns doch frohen Mutes sein, dass die Zukunft eine andere wird, nämlich eine richtig gute und nicht so wie das hier von den Medien-Splash-Propaganda-Anstalten hier propagiert wird. Es wird ganz anders kommen und wir bereiten uns da jetzt schon mal drauf vor. Wir würden uns freuen, wenn du dabei wärst. Wir würden uns abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020